Aufreger des Tages. Abgeordneten-Diäten steigen zum 1. Juli um 6%. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich steige schon mal gleich in das Bild rein, was uns die Tagesschau 20.13 Uhr hier geliefert hat. Und zwar, die Tagesschau-Sprecherin hat uns hier mitgeteilt, dass die Abgeordneten-Diäten zum 1. Juli um sage und schreibe 6% steigen. Grund dafür ist die Nominallohnentwicklung in Deutschland. Die lag 2023 wirklich bei sage und schreibe 6% mehr als im Jahr 2022. Und im Abgeordnetengesetz ist das auch niedergeschrieben, dass die Diätenanpassungen dann praktisch der Nominallohnentwicklung folgen. Das heißt also 6% höhere Löhne laut dem Statistischen Bundesamt. Dann gibt es auch 6% höhere Abgeordneten-Diäten. Na und Sie werden es aber auch nicht glauben, nicht nur die Abgeordneten-Diäten steigen um 6%, sondern auch die Altersbezüge der Bundestagsabgeordneten steigen dann prozentual in dieser Höhe auch an. Und das bedeutet letzten Endes, und zwar bezogen auf die neue allgemeine Diät von derzeit aktuell 10.591,70 Euro. Die geht ja dann auf 11.227,20 Euro nach oben. Davon 2,5% pro Jahr. Dann können Sie sich ausrechnen, was ein Abgeordneter, ein Bundestagsabgeordneter pro Jahr an Altersruhegeldansprüchen im Bundestag erwirbt. Meine Damen und Herren, innerhalb von vier Jahren sind das weit über 1.000 Euro. Und das heißt also, jede Diätenerhöhung führt dazu, dass auch die Ruhensgehälter, also die Abgeordnetenpensionen, dann auch steigen. Meine Damen und Herren, 6% Diätenerhöhung ist mit Abstand oder fast die höchste Diätenerhöhung, die es jemals gegeben hat für Bundestagsabgeordnete. Und da stellt sich dann schon die Frage, ist das eigentlich noch in Ordnung? Ist das noch gerecht? Meine Damen und Herren, die Frage lasse ich mal völlig unbeantwortet. Vielleicht können Sie mir ja in den Kommentaren einfach mal reinschreiben, was Sie davon halten. Ich finde es schon extrem hoch gegenüber den Rentenanpassungen der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland von 4,57%. Ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Und wenn man sich dann anschaut, dass Bundestagsabgeordnete ab Juli 2027 rund fast 700 Euro mehr monatliche Diät bekommen, das ist schon ein dicker Batzen. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden so viel mehr an Rente bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenscheid24.de. Schreiben Sie uns bitte Ihre Meinung in die Kommentare rein. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Protocol Max Peter Knöppel Vielen Dank.